Gleich ein wichtiger Risikohinweis vorweg. Bitte nicht nachmachen. Das, was wir hier heute besprechen, ist hoch spekulativ. Und wer keine Ahnung hat von dem, was er da gerade kauft oder verkauft, der wird garantiert Geld verlieren. Wir sprechen heute über eine Aktie, die polarisiert. Und ich habe das Gespräch zweier Experten und die haben diesen Status durchaus zu Recht inne verfolgt. Und der eine hat gesagt, die Aktie, aktuell handelt sie bei rund 220 Dollar, die wird in diesem Jahr noch auf 400 Dollar steigen. Und der andere hat gesagt, er wird sie in Richtung 100 Dollar, vielleicht sogar 40 Dollar fallen. Das Interessante dabei ist, dass es eine Strategie gibt, bei der man am Ende gewinnen kann, ganz egal, ob die Aktie nun steigt oder fällt. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher Kanal. So, möglicherweise habe ich die Aktie noch gar nicht genannt. Vielleicht ist sie auch im Titel dieses Videos schon aufgetaucht. Ich nehme in der Regel erst diesen Teil des Videos auf und anschließend setze ich mich hin und mache, und dann warte ich, kaufen, verkaufen, crash, Tesla Palantir und dann habe ich den Titel. So läuft das ab, so strukturiert. Also, ich weiß manchmal nicht, ob ich mich an mein kleines, eher gedankliches Skript halte und deswegen kommt der Titel erst ein bisschen später. Ich will die Katze aber gerne sofort aus dem Sack lassen. Wenn wir über polarisierende Aktien sprechen, bei denen es nicht nur auf Analystenseite, sondern auch auf Seiten der Anleger sehr, sehr gegensätzlich Erwartungshaltung gibt, dann ist das natürlich die Tesla-Aktie. Und ich habe kürzlich ein Gespräch zwischen zwei Experten, und das sind tatsächlich Experten, ich höre beiden gerne zu, verfolgt. Julian Bridgen und Raoul Pal, und die waren komplett konträrer Meinung, wie sich die Tesla-Aktie entwickeln würde. Der eine, nämlich Raoul Pal, hat gesagt, ich kann mir durchaus die 400 Dollar noch in diesem Jahr vorstellen, was ja beinahe einer Kapital- beziehungsweise einer Kursverdopplung entspräche. Wer hier investiert wäre oder ist, der darf dann auch über eine Kapitalverdopplung sprechen. Und Julian Bridgen hat gesagt, oh come on, mate, das ist heiße Luft durch und durch. Es ist eine Blase. Warum darüber? Sprechen wir gleich. Und deswegen, ja, vielleicht kann man die Aktie nochmal bei 150 Dollar kaufen, sollte sich der Gesamtmarkt schwach entwickeln. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Aktie in dem Bereich 40 Dollar fällt. So, die Standpunkte, ich möchte sie jetzt nicht eins zu eins hier wiedergeben, weil es am Ende des Tages natürlich auch die Standpunkte dieser beiden Herren sind. Wir schauen gleich noch auf die Chartanalyse. Die möchte ich nur ganz kurz skizzieren. Zuerst mal bleibt festzuhalten, das ist immer wieder ein Argument für Tesla. In der Regel, so vermute ich, von denjenigen, die in das Unternehmen investiert sind. Ja, die haben ja keine Schulden. Was stimmt? Sie haben ungefähr 30 Milliarden in Cash, Stand letztes Quartal. Und sie haben 12 Milliarden an Schulden, also bleiben Net Cash 18 Milliarden übrig. Ob das jetzt allerdings ein Kaufgrund ist, bei einer Marktkapitalisierung von deutlich über 700 Milliarden US-Dollar, das sei mal dahingestellt. Was wir eindeutig vorfinden, und daran hat man sich ja quasi bei diesem Unternehmen schon gewöhnt, ist ein sehr hohes KGV, welches in den letzten zwei Quartalen wieder gestiegen ist, weil der Kurs sich einigermaßen gehalten hat. Die Gewinnentwicklung war aber nicht ganz so wie gewünscht. Man kauft natürlich bei Tesla die Zukunft, geht auch nicht anders. Bei einem aktuellen KGV von 96. Tesla verkauft eindeutig mehr Elektroautos, zumindest momentan noch, als jeder andere Hersteller auf der Welt. Tesla ist eine Erfolgsgeschichte. Punkt. Das darf man mal konstatieren. Aus dem Nichts, from zero to zero, sucht euch irgendwas aus, sind sie links und rechts. Na, ein Unternehmen kann natürlich nur links dann vorbeifahren. An allen anderen haben auch die deutschen Automobilhersteller hinter sich gelassen. Und das ist erstmal ein Pluspunkt. Die Frage ist, ob sie angesichts der chinesischen Konkurrenz, und die sieht man nicht nur auf deutschen Straßen, das sehen wir auch anhand der Absatzzahlen, ob sie diesen Status beibehalten kann. Also sie, die Tesla-Aktie, als der Anteilsschein eines Unternehmens, welches mehr Elektroautos verkauft als jedes andere Unternehmen auf der Welt. Die Konkurrenz, die wächst. Und dementsprechend sprechen wir natürlich auch über Margen, die mal fulminant hoch waren, die jetzt immer noch im Vergleich zum Beispiel zu vielen deutschen Automobilherstellern immer noch sehr gut ist, allerdings auf einem Plateau und langsam fällt. Was, das muss man ja dazu, wir versuchen das ja ganz neutral zu betrachten, was auch normal ist. Also du kannst nicht den Output steigern und gleichzeitig die Marge auch. Das wäre zumindest bei einem, in dem Fall ja, Industrieunternehmen, ich weiß, es ist eigentlich ein Softwarekonzern und, und, und. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Dinge, die zum Gewinn beitragen. Und das sind ganz wesentlich die Autos, die verkauft werden. Über Modelle, also ob man jetzt findet, dass das Model S, Model 3 oder dieser teutonische Mars-Roboter namens, wie heißt das Ding jetzt? Ihr wisst, was ich meine. Also hat sich auch nicht so gut verkauft, wie es viele erwarten. Selbst ich, obwohl ich ja wahrscheinlich hier auf dem Kanal eher als Tesla-Kritiker bekannt bin, ich hätte allerdings auch gedacht, dass sich dieses Ding besser verkauft, was eben so aussieht, als ob man damit auch über den Mars fangt. Ihr wisst, dieser Cybertruck, so, hat sich nicht so gut verkauft, ist in Europa noch nicht zugelassen. Spielt keine Rolle. Über Geschmack lässt sich streiten. Ob er mir jetzt chinesische Aktien, Autos besser gefallen oder deutsche oder ob man Tesla schön will, völlig egal. Da will ich mich gar nicht drüber auslassen. Die Margen werden sinken, sagt der Skeptiker. Sie sind aber immer noch ziemlich gut, sagt der Optimist. Dann haben wir den ganz großen Bereich und ich glaube, es wird auch einer, der enormes Potenzial hat, Self-Driving Cars. Es gab einen Kurssprung aufgrund der Kooperation bzw. einer Zulassung in China noch nicht. Man sieht dort noch keine Self-Driving Cars, die komplett autonom fahren. Aber es sind eben bestimmte Hürden schon genommen worden. Andere wiederum sagen, ja, aber sie sind nicht mal ansatzweise in der Lage gewesen, bisher das zu lizenzieren. Sprich, viele andere Hersteller, im Prinzip alle, setzen eher auf ähnliche Modelle wie Waymo. Und ihr könnt jetzt selber eingeben bei YouTube oder sonst irgendwo und könnt reinschauen, Waymo gegen Self-Driving Cars von Tesla. Auch da ganz klar, denn das wird eine ganz große Rolle spielen. Das sagt Elon Musk selber. Das ist etwas, wo er garantiert nicht versuchen würde. Na doch, er würde es versuchen, weil es einfach sein Ding ist. In irgendeiner Form gibt es natürlich nie ein Scheitern bei Tesla. Auch das ist natürlich Teil der Erfolgsgeschichte. Ja, du musst auch verkaufen können und das kann der Mann, zweifellos. Aber wie sich das entwickeln wird, also einmal die zig Kameras, die auf die Tesla setzt und das Prinzip Waymo. Gehen wir auch nicht tiefer drauf ein. Auch das kann man völlig konträr beurteilen. Und das haben die beiden eben auch gemacht. Und das spiegelt sich natürlich auch anhand der Analystenkommentare wieder. Es ist normal, dass bei einer Aktie XYZ Analysten sich nicht vollkommen einig sind. Dass sie allerdings so konträre Standpunkte einnehmen wie bei Tesla, das ist schon relativ selten. Ich habe mal nachgeguckt. Aktuell haben 47 Wall Street Analysten bzw. Analysten Häuser. Die Aktie Under Coverage, wie es so schön heißt. Das heißt also, quartalsweise kommen Updates mit Einschätzungen, kaufen, verkaufen und so weiter. Aktuell sagen 11 Strong Buy, 5 sagen Buy, also stark kaufen, kaufen. 20 sagen Halten, 4 sagen Sell, verkaufen. 7 sagen Strong Sell. Unbedingt verkaufen. Auch hier also eine große Bandbreite. Und bevor wir jetzt auf die Möglichkeit kommen, wie man theoretisch zumindest, und ich wiederhole den Risikodisclaimer, auch hier ist Timing entscheidend und auch hier gibt es nicht die Chance, Geld zu drucken, weil es immer eine Variante gibt, mit der man dann Geld verliert. Wir sprechen nochmal über Stillhaltergeschäfte. Auch da ist aber entscheidend, will man die Aktie haben oder nicht. Separates Thema. Ein interessantes Thema kommt noch. Sondern wir schauen jetzt erstmal auf die Aktie. Von diesem Kursniveau aus würde ich tendenziell sagen, dass die Aktie noch einen einigermaßen bullischen Eindruck hinterlässt. Insbesondere, wenn sie hier diese Unterstützung um 200 US-Dollar hält. Sollte Tesla, wir zoomen mal ein klein wenig rein, aber das werden wir im Weiteren, ich habe die Aktie im vorletzten Report, glaube ich, besprochen und ich werde sie auch in weiteren Reports immer mal besprechen, weil es in dem Report eben darum geht, genau die Aktien unter die Lupe zu nehmen, die euch interessieren. Also rein Charttechnisch würde ich sagen, insbesondere, wenn wir hier den Abwärtstrend, doch ist das nicht bärisch. Denn wir haben hier einen sehr deutlichen Anstieg gesehen. Hier und wir sehen jetzt einen Rücksetzer auf dieses Ausbruchsniveau, würde ich mal sagen, zwischen 200 und 210 Dollar. Grob hier. Alles, was darüber stattfindet, ist aus Sicht des Charttechnikers eher geeignet, um die Kurse weiter steigen zu lassen. Allerdings muss man eben auch akzeptieren, dass es übergeordnet eben keine Aktie im Aufwärtstrend, sondern in einem Abwärtstrend, der sich abflacht und der spätestens dann gebrochen würde, wenn wir hier die letzten Hochs wieder rausnehmen. Also überall, oberhalb von 270, 275 US-Dollar hier oben, sollte der Abwärtstrend-Geschichte sein. Soweit dazu. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, okay, nehmen wir mal an, die Aktie läuft nicht seitwärts. Ich habe jetzt einen Faktor rausgelassen, weil ich ein bisschen müde bin, was die Diskussion angeht. Dürft ihr natürlich hier in den Kommentaren unten machen. Elon Musk ist natürlich neben den autonomen Fahren, den Self-Driving-Cars, neben der Marge, neben den Absätzen, ist Elon Musk der Faktor. Und heute, ihr werdet euch sicherlich darüber freuen, werde ich dazu keine Einschätzung abgeben. Ihr könnt, wenn ihr wollt, miteinander diskutieren und eine gute Diskussion erlaubt, stets dem anderen auch seine Meinung zu äußern und ihn nicht dafür zu verunglimpfen. Macht das hier nicht in den Kommentaren, nur weil das überall zumindest großteils gang und gäbe geworden ist. Es ist immer noch eine Unart und es ist letztlich auch kein sehr erwachsenes Verhalten. Bringt aber mega Klicks, ist super für den Algorithmus. Also Menschen zu framen, sie mit irgendwelchen Attributen zu belegen und dann insbesondere den Gedanken mitzubringen, wenn du so denkst, dann bist du das und das für mich. Das ist Kinderkram, läuft aber derzeit wie Hulle. Macht das nicht, dann macht es auch mehr Spaß hier in den Kommentaren für euch untereinander. Jetzt sagen wir also mal, das wahrscheinlichste Szenario bei Tesla ist nicht, dass die Aktie bis Ende des Jahres auf diesem Niveau läuft. Also unter dem Strich seitwärts tendiert. Das hat sie unter dem Strich in den letzten zwölf Monaten aber getan. Und nicht nur in den letzten zwölf Monaten, ja, das ist das Tief hier im Januar 2022, da sind wir genau jetzt. Und ich möchte bewusst diese Variante zuerst andeuten, denn mit der verdient man kein Geld, wenn man einen Straddle oder einen Strangle eröffnet. Ich werde euch das Ganze mal verlinken. Wir nehmen jetzt der Einfachheit alber mal einen Artikel, der schon von 2017, aber diese Strategien haben sich nicht verändert. Einfache Strategien mit Optionsscheinen, Straddle oder Strangle, wichtig, geht nicht anders. Heute müssen es drei Disclaimer sein. Ihr müsst wissen, was für ein Instrument ihr verwendet. Ihr könnt keinen Strangle oder Strangle aufsetzen mit einem Faktorzertifikat oder mit einem K.O. Zertifikat. Ihr braucht dafür einen klassischen Optionsschein oder natürlich eine Option selber. Das geht auch. Der Gewinn, den man bei einem Straddle oder einem Strangle hat, ist, dass man nur darauf setzt, dass es eine größere Bewegung gibt. Denn dann nimmt der Wert eines Optionsscheins, der legt dann zu. Aufgrund der Volatilität, die eben dem Black & Scholes Modell eine große Rolle spielt. Das heißt also, ein Optionsschein gewinnt an Wert in dem Moment, wo die Volatilität als Faktor deutlich ansteigt. Der Straddle ist die etwas mildere Variante. Dabei hat man die gleiche Laufzeit und den gleichen Basispreis. Das würde also bedeuten, bei Tesla, man würde um 220 US-Dollar herum gleichzeitig in einem Call-Optionsschein oder einem Put-Optionsschein kaufen. Gleicher Basispreis, gleiche Laufzeit. Und setzt darauf, dass es eine sehr deutliche Bewegung geben wird. Sehr viel, ein gutes Stück spekulativer ist der Strangle. Sagt, lest euch den Artikel gerne durch und selbst das reicht noch nicht, um zu sagen, ich bin Experte. Bei einem Strangle hat man ebenfalls die gleiche Laufzeit, aber unterschiedliche Basispreise. Das heißt in der Regel einen Call, der oberhalb des aktuellen Kurses einen Basispreis hat und einen Put, der unterhalb des aktuellen Preises einen Basispreis hat. Je nach Erwartungshaltung, je größer der Kursausschlag in die eine oder in die andere Richtung ist, den ich erwarte, desto größer dann der Gewinn bzw. desto weiter darf der Basispreis entfernt liegen, desto größer wird aber natürlich auch der Korridor in der Mitte. Und alles, was sich in der Mitte zwischen diesen beiden Basispreisen abspielt, führt, wenn man bis zum Ende der Laufzeit hält, zu einem Verlust. Das alles hier ersetzt nicht das eingehende Auseinandersetzen mit so einer Strategie, aber allein schon ein Gefühl dafür zu bekommen, was Volatilität an der Börse für mich bedeuten kann, wenn ich die richtigen Instrumente verwende, das ist vielleicht für euch ganz interessant. Je weiter weg, klar, die habe ich schon gesagt, die Basispreise desto riskanter. Und es ist im Übrigen durchaus typisch, dass man im Gegensatz zu einigen anderen Produkten dann nicht bis zum Ende der Laufzeit hält. Kommt dann eine sehr, sehr schnelle Bewegung in die eine Richtung, dann verkauft man diese beiden Produkte wieder. Dann wird das eine Produkt vermutlich, das kann in der Regel, wird es so aussehen, einen Verlust oder einen leichten Verlust aufweisen. Das andere Produkt wird aber deutlich mehr gewinnen. Es ist also nicht normal, dass man mit beiden Produkten was gewinnt. Das habe ich auch tatsächlich nur in absoluten Crash-Situationen, kann das mal passieren, aufgrund der Volatilität, die dann so durch die Decke geht. Aber in der Regel geht es darum, dann gleichzeitig beide wieder aufzulösen, wenn man eben eine sehr volatile Bewegung bekommen hat. Je weiter die Laufzeit, desto teurer ist das Ganze. Das heißt, man muss auch eine gewisse Vorstellung haben von zeitlichem Rahmen. Ich weiß einiges an Infos, aber heißt Trader-Macher-Kanal. Deswegen möchte ich hin und wieder auch mal links und rechts von den Themen schauen, als nur in Anführungszeichen über Basiswerte zu sprechen und die Chant-Analysen mit euch zu teilen. Wenn euch das gefällt, dann gebt mir bitte ein ganz kurzes Feedback. Ja, solche Themen zukünftig immer mal einstreuen, würde mich freuen. Und ansonsten, ja was soll man sagen, zu Tesla wird wahrscheinlich sowieso genügend Diskussionen auftauchen. Das ist ja auch in Ordnung so. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns nächste Woche hier wieder am Dienstag. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.